Willkommen zurück zu einer neuen Folge Stranded Deep. Ja, ich glaube, was wollten wir jetzt tun? Ich glaube, wir wollten mal auf die Uhr gucken. Ja. Gut, vielleicht sollte ich noch die paar Kartoffeln essen, die wir hier haben. Denn wir wollen ja... Sehen wir mal. Ich kann ein paar Sachen hier hinwerfen. Und das sollte ich mit in das Messer... Das kann ich auch hier lassen. Den Hammer kann ich auch hier lassen. Das Feuerzeug brauche ich vom Prinzip her eigentlich auch nicht. So, ähm... Nee, wegwerfen wollte ich das nicht. Wir wollten eigentlich gleich mal rüber auf die andere Insel. Und auf die da hinten. Und mal so ein bisschen gucken, ob wir da ein paar Steinchen kriegen. So. Äh, ja. Das ist auch gegen 10 erst. Also würde ich sagen... Können wir da mal los. Was war denn das? Ach so, nur so ein Riff. Oder Koralle oder... Ach, was auch immer. Was ist denn da? Äh... Also da vor uns schwimmt ein Hai. Ein bisschen weiter vor uns. Der sollte uns aber jetzt vom Prinzip auch nicht so arg stören. Ich will jetzt erst mal nur auf diese Insel da drüben hin. Äh... Merke, das ist unsere. Da müssen wir wieder hin. Ich hab so Panik, dass wir uns wirklich verirren. Wäre vom Prinzip ja nicht mal so richtig schlimm. Aber... Ich komm doch von hier. Okay. Wir nehmen doch, äh... Ich glaube, eher die andere Insel. Stimmt, da sind wir auch hergekommen. Ich hätte jetzt schweren können, wir kämen von der. Aber... Ne, gut. Müssen wir jetzt wohl in diese... Verrückt. Jetzt sieht man den nicht. So. Schwimmen wir halt zu der anderen Insel. Dann ist es halt so. Ich glaube, ich baue mir jetzt auch demnächst mal ein Floß. Ich würde nämlich echt zu gern wissen, äh, ob das Floß schneller ist. Als das Boot. Weil... Ich meine, warum auch nicht? Weil andere... Sonst brauchen wir das ja überhaupt gar nicht. Weil das Boot, das hat man ja, glaube ich, immer. Ganz zu Anfang. Diese Rettungsinsel. Auf zu der Insel. Ah, ich lasse jetzt mal die Uhr an. Ich glaube, die brauchen wir jetzt hier vielleicht eher. Wir müssen immer so ein bisschen den, 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 den Rückweg im Auge behalten. Und weiter entfernen will ich mich jetzt eigentlich dann auch gar nicht mehr als diese Insel. Ich meine, was wir später natürlich machen können, ist, dass wir irgendwie, womit auch immer, äh, Pfeile bauen. Auf der Insel. So behelfsmäßig mit so ein paar Sachen. Also es ist für Sticks hinlegen und dann irgendwie noch mehr Sticks da so. Und das ist dann auch so wie so ein Pfeil. Damit wir dann immer wissen, wo wir... Hallo, hi. Womit wir denn zurückkehren. Oder wohin wir zurück... Warum sieht das jetzt manchmal echt so anders aus? Das sieht von hier so aus, als wenn die Inseln nah beieinander wären. Dabei sind sie richtig weit entfernt. Ja. Wie könnte ich diese Folge mal nennen? Paddel, paddel, paddel. Oder irgendwie so. So, jetzt bleibe ich stehen. Jetzt... Hör ich mich um. Äh, da ist unsere Insel. Da wollen wir hin. Na, jetzt kann man schon mehr erkennen von der Insel. Ich dachte, es gibt auch noch größere Inseln. Hm. Anscheinend nicht. Anscheinend haben nicht alle Inseln dieselbe... Größe. Tief ist es hier nicht. Das ist nur krass, wie viele Inseln man hier denn so sieht. So, die hier sieht eigentlich fast so ähnlich aus wie unsere letzte. Also, von der wir gerade kommen. Krass. Wow. Cool. So. Und jetzt sammle ich mal als erstes... Achso. Ne, das Paddel halte ich mal fest. Aber nachher verschwende ich den Inventarplatz, den wir für das Paddeln brauchen. Und wir kommen nicht mehr zurück. Na. Geht. Sticks. Brauche ich nicht. Noch nicht jedenfalls. Sieht schon ein Hammer aus hier. Muss ich ja mal so sagen. Hier hat man sich auch echt was Schönes hinbauen können. So. So. Okay, ich glaube, das war es jetzt tatsächlich schon für diese Insel hier. Na, fünf... Ach, Mann, oh. Fünf Steine. Ich habe mir mehr erhofft. Aber apropos mehr. Ich glaube, wir gehen das mal an und versuchen das mal. Ach, hier können ja auch vielleicht noch irgendwo Steinchen liegen, aber ich glaube es fast nicht. Kein Hai in der Nähe? Gut. Egal, ich muss ja... Ich kann ja nicht immer nur ein Schisser sein. Das muss auch mal spannend bleiben. Ein Feuerzeug. Haben wir ja nicht schon genug, ne? So, dann gehen wir nochmal hier hin. Da ist nix. Nochmal nach dem Hai umgucken. Da ist nix. Also ich glaube, wir werden hier relativ von den Haien... Also relativ... Ruhe gelassen. So, da will ich jetzt auf jeden Fall nochmal hin. und das nachgucken. Ne. Okay, auf jeden Fall haben wir aber einen. So, jetzt noch schnell da wieder rüber. In der Hoffnung, dass der Hai mich nicht findet. So. Gut, dass ich hier echt viel sehen kann. Das ist, äh... Ja, jetzt kommt der Mond so langsam. Da ist n Hai. Ach, egal. So, ein bisschen schneller geschwommen. Das passt schon. Benzintank zu finden, ist auch nicht unbedingt verkehrt. Ähm... Damit kann ich noch nichts bauen, aber hier waren doch bestimmt auch... Hier waren doch noch mehr... Warum raschelt das noch weiter hin? Da kriegt man ja Panik hier. So, ich glaube, einen brauche ich noch. Da ist noch einer. So. So, baue ich mir das mal hier hin. Okay. Gut. So, ich würde dann auch, äh, ja, sagen... Was will ich denn mal sagen? Also, eigentlich will ich da jetzt noch nicht rüber. Wieder zurück nach Hause. Ähm... Ähm... Aber fünf Steine sollten für den Anfang reichen. Ähm... Gut, ich würde sagen, ich mache jetzt mal... Äh, aus dieser Folge wirklich eine kleine Folge. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.